Opportunitätskosten, Fokus, Radios, in welchem Bereich arbeite ich denn eigentlich als Immobilienmakler? Was macht Sinn, was macht keinen Sinn, was ist Quatsch? Ich stelle halt einfach mal wieder fest, dass Makler versuchen, in allen möglichen Gegenden zu arbeiten. Also da sitzt jetzt beispielsweise einer in Düsseldorf und fängt dann an, ein Objekt in Münster zu machen, dann irgendwie wieder 100 Kilometer woanders, weil das ist tatsächlich ein Problem von vielen Maklern, dass sie gar nicht wissen, wie baue ich das denn überhaupt richtig auf, Standort und so weiter. Wie siehst du das? Am Ende des Tages hat es ja auch sehr viel mit einer ganz klaren Positionierung zu tun, dass man sagt, okay, das und das ist meine Zielgruppe und das ist auch mein Zielgebiet, zumindest mal in erster Linie. Und ich glaube, also das ist extrem wichtig im Aufbau und im Nachhaltigen, dass du dein Marketing auch vernünftig aufbauen kannst, dass du dich konkret festlegst auf ein Gebiet, auf ein Radius, in dem du das machen willst, um auch optimieren zu können innerhalb dieses Gebietes. Naja, es fängt ja erstmal sogar mit den Objekten an, also dass ich erstmal einfach mal anfange, nicht alles zu machen, sondern erstmal zu sagen, was mache ich jetzt, bin ich Spezialist für Wohnimmobilien oder für Gewerbeimmobilien oder vielleicht sogar noch spitzer? Ist zu sagen, ich konzentriere mich, weil es in meiner Region eigentlich so ist, hauptsächlich auf Einfamilienhäuser, das heißt ja nicht, dass man nicht auch mal eine Eigentumswohnung machen kann, aber dieser permanente Spagat, irgendwie alles machen zu wollen, um, und jetzt müssen wir mal reden über, was steht denn eigentlich dahinter? Also, so jedes Geschäft oder überhaupt irgendwie ein bisschen Geschäft zu machen, was steht denn eigentlich dahinter? Also, oftmals haben ja, sind ja überhaupt keine richtigen Unternehmensrichtlinien vorhanden, weil das ist für mich ja Teil von Unternehmensrichtlinien oder von Standards, die man einfach einführt, wo man sagt, okay, das mache ich, das mache ich nicht. So, da fängt es ja schon an, dass die meisten das gar nicht haben. Also, ich habe sehr, 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 sehr selten und ich führe echt einige Beratungsgespräche und ich habe sehr selten Leute, die überhaupt konkrete Richtlinien und Standards haben, wo sie sagen, nee, da mache ich das dann nicht in solchen Fällen und ob das jetzt der Radius ist, in dem man arbeitet oder ob das Qualifizierungsstandards sind für Eigentümer, mit denen man zusammenarbeitet oder was auch immer. Da ist ja schon mal oft die Ursache, dass man sowas gar nicht festlegt von Anfang an. Absolut, genau. Also, der erste Punkt wäre, mal auf Objektebene zu entscheiden oder beziehungsweise Immobilienart. Wofür will ich Experte sein? Und was will ich da konkret machen? Was kann ich überhaupt? Wo habe ich Ahnung von? Ja. Ich frage in dem Moment einen professionellen Mietvertrag auf hohem Niveau unter Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile für den Vermieter beziehungsweise wichtigen Dinge, die eingebaut werden müssen, abzuschließen. Kann ich das überhaupt? Ja, oder? Ja, das ist für mich, das geht ja mit in dasselbe rein. Was mache ich, was mache ich nicht? In welchem Gebiet mache ich es? Und was ist mein klarer Expertenstatus? Beispiel Verkauf von Wohnimmobilien oder Gewerbeobjekte oder ich mache auch noch Vermietung dazu und so weiter und so fort. Genau, also du bist halt dann nachher wieder der, der irgendwie alles versucht, aber nichts richtig macht. Also heißt auf Klartext, konzentriert euch erstmal auf eine bestimmte Sache oder Objektart. Wohnimmobilien kann man mit anfangen, Eigentumswohnungen und Häuser, beziehungsweise Einfamilienhäuser, Eigentumswohnungen, meinetwegen noch mehrfamilienhäuser. Aber je spitzer du halt bist, umso größer kannst du dann tatsächlich der Experte werden. Ja, es ist ja so, wenn du, also spitz rein, okay, aber in die Breite kannst du ja immer noch gehen, wenn du in dem, was du tust, einer von wenigen oder sogar Marktführer in deiner Region bist, ja, dann dein Gebiet zu erweitern, weil du sagst, okay, da bin ich schon sowieso Marktführer und wenn was verkauft wird in dem Gebiet, dann bin ich sowieso die Nummer eins. Dann zu erweitern, sofern du die Ressourcen im Hintergrund hast, die Infrastruktur, das ist ja okay, darüber reden wir ja jetzt nicht, aber in den Grundlagen muss ja schon mal festgelegt sein, was machst du, in welchem Gebiet machst du es, in welcher Art und Weise und wo ist auch Stopp bei dir. Wo sagst du auch Nein und gibst es an jemand anders weiter, an einen Partner oder was auch immer. Genau, oder eben halt an, genau, Kollegen zum Beispiel, ne, und du kannst dich dann aber sofort wieder auf dein eigenes Geschäft konzentrieren und dein eigenes Business weiterführen, ne, wirst als Experte wahrgenommen, das ist der positive Faktor und wirst dann automatisch, und das ist der coole Nebeneffekt, du wirst automatisch sich selber auch viel fähiger fühlen in dem Bereich, weil du ja alles kennst und du kennst, weißt wirklich Bescheid, wie das Ganze funktioniert. Und dann kannst du eben sagen, okay, und jetzt kann ich Bereich für Bereich durch Manpower, das ist ja auch wichtig, Leute denken dann immer, sie müssen das alles alleine machen, sondern dann lieber Mitarbeiter einstellen und den fit machen, dann zum Beispiel für das Thema Vermietung oder für das Thema später mal Kapitalanlagen oder Gewerbe oder was auch immer. Also das Endziel kann ja durchaus sein, dass man mehrere Abteilungen hat, mehrere Bereiche, aber die dann nicht einer versucht im Spagat alle auf die Reihe zu bringen. Absolut, gerade das Thema Vermietung ist mir extrem aufgefallen, warum machen das die meisten denn überhaupt? Die meisten machen das nicht, weil die da Bock drauf haben, sondern die meisten machen das, weil die den Ansatz darin der Empfehlungen für das Verkaufsgeschäft drin sehen. Ja, oder ein Grundrauschen einfach. Ein Grundrauschen. Aber da würde ich auch gerne mal drüber reden, weil ich finde das ein ganz spannender Punkt, weil sehr, sehr viele Makler ja nebenbei auch noch das Thema Vermietung machen, haben aber eigentlich gar keinen Bock da drauf und sehen das selber als total ineffizientes Geschäft. Und ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen, habe gesagt, okay, wie viel Zeit, also natürlich unter Voraussetzung, dass das nicht wirklich, da ist kein Mitarbeiter für das Thema da, da sind keine richtigen Prozesse, Abläufe, Strukturen, sodass das effizient gemacht werden kann. Okay, wie viel Zeit kostet dich das in der Woche, dich mit diesem Thema zu beschäftigen? Ja, vielleicht anderthalb bis zwei Tage pro Woche. Mal angenommen, okay. Okay, wie viele Empfehlungen hast du, kriegst du in einem Jahr planbar aus dem Vermietungsgeschäft, für das du anderthalb bis zwei Tage in der Woche investierst? Zwei bis drei. Das geht für mich nicht auf. Also von Return on Invest, ja. Okay, mal angenommen, du würdest jetzt diese anderthalb bis zwei, du weißt, was ich meine, oder? Ja, total, ja. Du würdest jetzt diese anderthalb bis zwei Tage investieren, um dich, um dein eigenes Marketing, speziell für den Verkauf von Immobilien, wirklich zu perfektionieren und vor allem mal konstant aufzubauen, dir deine eigene Pipeline zu erschaffen. Dann ist der Return on Invest zehnmal höher, wenn du es richtig machst, als drei Aufträge im Jahr und du hast dieses lästige Geschäft los, wo der Return on Invest sowieso nicht stimmt im Vergleich. Absolut. Wie siehst du das? Sehe ich hundert Prozent genauso. Der Punkt ist, die Look, don't listen. Schau genau hin und genau hinschauen bedeutet ja, guck dir mal die Zahlen an. Sei doch mal ehrlich zu dir selber, guck dir wirklich genau die Zahlen an. Du hast es gerade im Prinzip schon erklärt, muss man gar nichts mehr großartig zu sagen. Es ist genau so, es ist, wie es ist. Fertig. Das ist also erstmal das Thema Zahlenspiel. Das Thema Vermietung hat natürlich schon seine Vorzüge, keine Frage, weil erstens, ich habe einen Grundrauschen. Zweite Sache, also zweiter Return bei der Vermietung ist, dass du am Ende ein sehr gutes Marketing darauf aufbauen kannst, auf die Vermietung. Warum? Weil du hast ja mehr Objekte, aber das muss dann aber auch mehr sein, weil nicht zwei, drei Vermietungen oder vier oder fünf, sondern du musst dann einfach auch ein größeres Rad drehen, weil du hast dann mehr Objekte online und je mehr Objekte du auf deiner Webseite hast, umso mehr wird ja auch deine Webseite gerankt und so weiter. Das hat natürlich seinen Vorteil, aber du musst es, wie du es gerade gesagt hast, einfach strukturiert angehen. Also, was sehr wichtig ist, du wirst halt Experte, je mehr du in einem Bereich und an einem Ort machst, umso mehr wirst du auch in diesem Bereich und an dem Standort auch als Experte wahrgenommen. Ich will das nochmal an einem Beispiel festmachen. Jetzt stell dir mal vor, du sitzt tatsächlich in, sagen wir mal, Köln oder Düsseldorf und du konzentrierst, das ist ja das, was du gerade gesagt hast, du konzentrierst deine Aktivitäten, dein Marketing auf diese Region, auf dieses Kerngebiet. Dann hast du natürlich, wenn du es mal umgekehrt betrachten würdest, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Objekt in Bonn, ich habe eins in Köln, ich habe eins in Düsseldorf, also ich habe an allen möglichen, ich fahre ja nur, und jetzt bleiben wir mal beim Einzelkämpfer, ich fahre ja nur durch die Gegend permanent. Ich bin jetzt da, dann bin ich da und dann haben wir wieder das automatisch, wo sie alle rumjammern und sagen, ich habe keine Zeit. Ja, ich sage, ja klar, das ist doch logisch, egal welches Business du machst, stell dir mal vor, du bist Fensterbauer und du bist alleine und du bist jetzt, da machst du heute Morgen, baust du Fenster ein in Köln und dann musst du 100 Kilometer fahren, um das nächste Haus da Fenster einzubauen. Das ist ja komplett Banane. Also brauchst du, wenn du das machen willst, brauchst du ein Team, dass du einen Monteur hast, der nur in der Region ist und der nächste Monteur nur in der Region ist. Und das sind halt unternehmerische, wichtige, grundsätzliche Entscheidungen und keiner macht sich dann Gedanken, wie viel Zeit, natürlich in Form von Geld, verbimmle ich, wenn ich eben eine kleine Butze 100 Kilometer oder 60 Kilometer von mir entfernt verkaufe. Das macht aus Einzelkämpfersicht null Komma gar keinen Sinn. Das macht nur Sinn, wenn ich ein Team habe mit mehreren Leuten und dann sage, ich habe in der Stadt jemanden sitzen, ich habe in der Stadt jemanden sitzen und ich habe in der Stadt jemanden sitzen. Ja, ich glaube, es wird halt absolut zu 100 Prozent, aber ich glaube halt, dass die Leute sich selber nicht an ihre eigenen Dinge halten aus der Not heraus, weil sie es machen müssen. Weil sie davon abhängig sind. Sie glauben es machen zu müssen, weil Bei dem einen glauben sie es, bei dem anderen glaube ich, ist es ein Muss, weil ansonsten kann er nicht überleben, wenn er das dann nicht macht. Aber warum denn nicht? Aber warum kann er denn nicht überleben? Er kann doch nicht überleben, weil er einfach die Aktivität Ja, weil er immer sich von einem ins nächste Objekt hangelt. Genau. Weil halt keine Pipeline da ist. Genau, er hangelt sich von einem Desaster ins nächste und da kommt auch natürlich die Angst und die Sorge, die natürlich auch eine Rolle spielt. So nach dem Motto, ich muss jedes Objekt, das ist ja eine Einstellungssache. Das ist eine Einstellungssache. Absolut, ja, ja, das ist die Grund, Grund, da fängt es an. In der Einstellung, in den Richtlinien, in den Standards, die ich mir setze. Genau, und dann sind wir automatisch auch wieder bei der Fähigkeit, eben die Grundregeln und die Grundgesetze von Fähigkeiten, also Fähigkeiten zu haben, um zu wissen, okay, wie mache ich denn jetzt an einem Standort Werbung für mich? Und wie ziehe ich da an dem Standort die Objekte? Ja, absolut. Zugegebenermaßen, natürlich, klar, man braucht einen gewissen Radius, das ist schon total fein und in Ordnung, aber was echt keinen Sinn macht, ist diese komplette Hin- und Herfahrerei aus der Sorge heraus oder dem Glauben, ich habe es sonst oder ich kriege es sonst nicht genug. Okay, dann lass uns doch mal vielleicht, um jetzt auch so ein bisschen konkreter das auszudrücken, was ist denn deiner Meinung nach der Radius, wo du sagst, da soll man mal mit anfangen? Also im Prinzip kommt es natürlich darauf an, hast du eine ländliche Region, du musst ja Fahrzeiten rechnen, also wenn du jetzt keine Autobahnverbindung hast, so wenn ich jetzt sage, so 20, 25 Autominuten, so das ist etwas, wo ich sage, das macht für mich noch Sinn. Okay, im ländlichen. Ja, also wenn du eine Stunde, ja im ländlichen kann es natürlich auch mal schnell mehr sein, weil du hast keine Autobahn. Wenn ich jetzt immer mal in Düsseldorf bin, ich bin schnell in Köln, ich bin schnell in Leverkusen, ich bin schnell in unterschiedlichen Städten. Ja, aber von Düsseldorf-Sicht wäre ja Köln schon zu weit. Ja, das sind auch so, je nachdem, wo du jetzt in Düsseldorf bist oder wo du in Köln bist, kommt ja immer auch auf den Stadtteil an. Aber ich sage mal so, 20, 25 Minuten, ja, das ist eine solide, solide Betrachtung. Bin ich aber in einer Großstadt, jetzt kommt aber, jetzt kommt der entscheidende Punkt, bin ich aber in einer Großstadt eben wie Köln oder einer Großstadt, wobei Köln ja größer ist als Düsseldorf, dann habe ich ja in der Stadt so viel Munition, so viele Möglichkeiten, in der Stadt selber, wenn ich da Networking mache, wenn ich mir Tippgeber ranhole und so weiter, blablabla, müssen wir nicht alles jetzt besprechen. Also, entschuldige mal, wenn ich das da doch nicht schaffe, was soll das denn für einen Sinn machen, jetzt in Düsseldorf mir Geschäft zu holen? Und ich sage, ich nenne das sogenannte Kollateralschäden, wenn ich dann trotzdem mal ein Objekt in Düsseldorf bekomme oder umgekehrt in Köln, dann sagt ja keiner, dass du das nicht machen sollst oder darfst. Es geht nur darum, was ist deine Grundausrichtung? Weil wenn jetzt Kunde A kommt und sagt, boah, du hast so toll für mich die Wohnung verkauft oder das Haus, ich habe aber auch noch was in Kölle oder in Düsseldorf, dann ist es… Das war jetzt nochmal wichtig zu sagen, dass es um die Grundausrichtung geht. Genau, genau. Der Grundfokus, sich seinen eigenen Standort zu packen und den richtig aufzuräumen. Den zu backern und da wirklich sich zu positionieren und da Experte zu werden. Was aber überhaupt keinen Sinn macht, wenn zum Beispiel jemand jetzt anfängt, Leads zu kaufen, wo ich eh kein großer Fan von bin. Ja, und der kauft dann Leads im Radius von, ich sage mal, 100 Kilometer. Das ist halt wirklich unvernünftig. Ich will da gar keinen anderen Ausdruck für nehmen. Das ist halt unvernünftig. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Und du schießt dir damit so dermaßen die Zeit kaputt. Ja. Und das ganze Business kommt einfach nicht zum Fliegen, weil du nirgendwo wirklich Fuß fassen kannst. Das ist der wichtige Punkt. Es geht ums Fuß zu fassen, um einen Fuß in die Tür reinzubekommen, um auch mit den örtlichen Leuten, weil wenn du jetzt einfach mal in einer Stadt wie Düsseldorf in einem Stadtteil mehrere Objekte verkauft hast, dann ist ja klar, dann kriegst du ja automatisch da auch einen ganz anderen… Und du hast ja auch mit. Und du hast ein Expertenstanding speziell für diese Region. Genau. Ist ja klar. Also das ist einmal die Objektebene, der erste Punkt. Zweiter Punkt ist der Standort, die Standortebene. Und dann kommen wir ja noch zum Thema, am Ende hast du ein Büro. Und wo setzt du dann das Büro hin? Und wenn wir jetzt nochmal ganz kurz auf das Ländliche kommen. Beim Ländlichen musst du halt immer die Fahrzeiten rechnen. Also das heißt, wer auf dem Land ist, kleinere Dörfer, kleinere Kreisstädte hat, dann musst du eventuell auch mal bereit sein, natürlich ein paar Kilometer oder ein paar Minuten länger zu fahren, weil es halt verkehrstechnisch gar nicht anders geht. Aber das sind so die zwei, Objektebene und Radius, sind ganz, ganz wichtige Dinge. Ansonsten wirst du nie wirklich dein Business ordentlich zum Fliegen bekommen. Okay. Das ist einfach so. Tipptopp. In diesem Sinne. In dem Sinne. Cheerio. Bis zum nächsten Mal. Yes. Das ist einfach so.